Wow, was geht ihr ab? Ich weiss, dass es ab geht, wir machen jetzt den Contest. Gewinnen kann man 1000 V-Bucks. Ich wünsch euch viel Spass beim Video. Okay, Jungs, mutet euch mal kurz, ich erklär nochmal die Regeln. Monkey! Das erste Thema, SB-Haarung. Ich hab ähm, behaarte Haare. Wir starten hier, oder? Sral, 4-4. Ja, das ist aber stabil, das ist Monkey, das ist äh... Lassen wir mal so stehen. Und die Eule ist behaart. Der Skin ist aber auch gut, würde ich auch als Behaarung zählen. Ja, nicht schlecht. Hier auch Behaarung mit... Das sind halt die gleichen. Das sind die gleichen, aber anderer Stil. Pigex ist nicht wirklich behaart. Okay, dann Asia, das sind einfach alles Tiere. Wollen wir alle Tiger-Skins? Ja, das sind alles Tiger. Tiger, Tiger. Sind wir alles Tiger, nach vorne. Lass mal kurz durchgucken. Weil es sind etwa sieben Tiger-Skins. Guck mal hier. Komm, wir gucken mal einfach schnell durch. Guck mal diese Behaarung. Was sagst du hierzu? Ist das Behaarung? Dead. Nein, dead. Sorry. Ja, der hat lange Haare, aber... Ja, aber Dings ist nicht schlecht. Pigex ist behaart und Backbring auch. Das, das, guck mal hier. Guck mal hier. Das ist Behaarung. Der kann in die Lobby. Nikify Lobby und Leon. Du kannst auch Lobby. So, jetzt. Elias soll, glaube ich, verschwinden. Ja. Okay, bin ich deiner Meinung? Der soll auch verschwinden. Das ist auch überhaupt keine Behaarung. Weg damit. Stimmt. Dann Flügel. Den finde ich eigentlich noch geil. Geil. Hier, guck mal, alle. Das ist 10 von 10 behaart. Du kannst kommen, du kannst in die Lobby. Ich habe noch eine Frage. Guck mal, die Weihnachts-Gins. Ist das Behaarung oder nicht? Hat das was mit Haaren zu tun? Sorry. Ich küsse dein Herz. Hier hinten ist auch noch Rainer. Sorry. Alle anderen sind eigentlich nicht schlecht mit Behaarung. zu tun. Ja, auch zu wenig wahrscheinlich, oder? Sorry. Siehst du noch einen, der kracht? Weil sonst lassen wir alle weiter. Wir haben schon viele rausgeschmissen jetzt. Ja. Die sind, glaube ich, nicht schlecht, oder? Du kannst Lobby. 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 Und du? Lobby. Du kannst Lobby. Noch einmal ein bisschen Angst machen. Okay. Ein zweites Thema machen wir. Komm, wir machen ein Thema Lustig, oder? Ja. Okay, Jungs. Thema ist Lustig für nächste Runde. Ihr seid alle weiter. Ws. Lustig. Okay. Wir haben ein Thema Lustig. Nächste Runde. Zweite Runde. Von insgesamt wahrscheinlich vier oder fünf Runden. Wir sind so viele Spieler. Sieht, wenn man in die Runde guckt, schon mal sehr, sehr lustig aus. Okay. Squeezy. Digga, das ist so ein fettes Tier. Also wer diesen Skin rankt Unreal. Okay. Das ist aber geil. Emote ist geil. Das ist so ein fettes Huhn, das Sport machen will und abnehmen will. Und das aber einfach nicht hinkriegt, weil jeden Tag wieder Ben & Cherries Glasse frisst. Digga. Hehehe. 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 Digga, der ist aber auch unglaublich lustig. Kommt, der kann safe direkt weiter, oder? Ah! Was sagst du zu? Geil, guck mal! Guck mal, Emote, Digga. Was sagst du hier? Ah, sag ich nicht. Sorry. Ist so wenig lustig. Dann prep it. Ich auch. Ah, doch! Oh, doch! 10 Meter im Fernsehen. Guck mal, der schielt auch ein bisschen. Ja. Das würde ich sogar sagen, du kannst in die Lobby, Digga. Das war jetzt mit Emote zusammen, war das W. Ach, das ist schlecht. Lassen wir mal. Raphael, Mehmet, November. Ach, stopp, Digga. Also mit den Emotes könnt ihr reisen, ich sag's euch. Weil Skin dachte ich so, ah, aber guck, mit Emote, Digga. Schau noch so nach oben. Unglaublich witzig. Erlösen. Erlösen. Okay. Sorry. So, dann hier. Leonie, Bubi. W. Also die Pigaxe ist eine Gitarre, oder? Okay. Okay, der hat zu viel getrunken. Das ist doch stabil. Okay. Tore, Lobby. Flitzkitzki. Ach, Digga, das ist auch gut. Digga, das sieht so lustig geil aus. Digga, dann macht er einfach Steel Band. Oh, Mann. Ja, du bist auch witzig. Komm, Lobby, Digga. Ja, Ale. Ja, Bro. Das ist eine 10 von 10. Ich glaube, das reicht nicht. Sorry. Oh, guck, mach mal Emote. Bei ihm sehen die Emotes so geil aus. Ich glaube, Emote ist aus dem Set. Aber sonst nichts. Das ist 10 von 10. Oder? Ja, Lobby. Das reicht nicht. Das ist zu wenig witzig, oder? Mach du mal bitte noch Emote. Ben Style. Wir sind immer noch Thema witzig. Also, clap it by Ali. Das ist gut. Clap it by Ali. Du kannst Lobby. Äh, Squeezy. Du kannst Lobby. Äh, Squeezy. Ben Style. Ben Style. Sorry. Wild Wolf Eule. Denkst du nicht? Kill ihn. J Cool reicht nicht. Sag ich ganz ehrlich. Reicht nicht. Das ist witzig mit dem Schwein. Das ist cool. Yannick Einon. Du kannst Lobby. Du kannst auch Lobby. Okay. Thema Roboter. Oder allgemein Technik. So Fernseher, Controller, Technik. Oh, was kracht hier? Zwei sogar. Ja. Den. Okay. Pickaxe und Backbling ist Technik. Ne, aber ist eigentlich... Warte, wir gucken alles durch. Okay, Emote ist auch stabil. Backbling. Backbling ist so leuchtende Schilder. Auch Technik. Komm, wir wählen jetzt noch niemanden raus. Wir gucken zuerst an der Hängegleiter noch. Ja, das ist stabil. Sehr, sehr stabil. Tore. Das ist auch geil. Sehr, sehr geil. Dann haben wir Sral. Hat auch einen Roboter. Backbling auch ein Schild. Das ist auch Technik. Ah, das ist auch stabil. Okay, Pickaxe kracht ein bisschen, würde ich sagen. Aber sonst nicht schlecht hier, Bro. Wow. Okay, komm mal alle mit. Zeig mal Hängegleiter. Okay, da können wir Save auch noch selektionieren. Also Flick... Guck mal, komm mal zu mir. Guck mal, Flick sie. Reicht nicht, oder? Darf ich hängträgen? Ja, mach. Dann hatten wir... Dann hatten wir... Ich hatte vorhin noch einer, der war auf der Kippe. Hier, Asian Edge. Der war... Dings ist zwar nicht schlecht, aber... Was sagst du zum... Zum Skin? Ist das so Roboter-Skin, oder was? Verfickte Scheiße! Ich glaub nicht. KaugummiTV, ich grüß dein Herz. Vielen lieben Dank für deinen Follow auf Twitch. Mach. Dead, oder? Reicht nicht. Also, Yannick. Yannick, du kannst Lobby. Raphael ist auch stabil da hinten. Guck mal. Raphael, du kannst Lobby. Ja, Sral. Sorry, mein Lieber. Ws. Aber... Das passt einfach ein bisschen besser. Tyler, du kannst Lobby. Okay. Ali, du kannst Lobby. Squeezy, du kannst Lobby. Ah, doch. Der ist auch weiter. Komm. Oder? Ja, ja. Wir machen... Nächste... Nächste... Nächstes Thema. Wir machen Thema Alt. Moin! Guck mal, ich hab dein Ei gefunden. Hier, warte. Wo ist es? Hier ist es. Ich hab's. Komm, lass du erst mal durchgucken. Wir gucken erst mal durch. Okay. Graphit hat einen alten Mann. Das ist so weise. So ein weiser Emote. Irgendwie geil. Dann haben wir Yannick. Ein Non. Hat den gleichen Skin. Leider. Aber auch das... Sehr, sehr stark. Clapper bei Ali. Hat den gleichen Skin. Gleichen Emote. Und Backbling. Was hat er Backbling? Auch das passt dazu. Zum Jagen. Dann haben wir Squeezy. Dann... Die Schaufel ist geil. Pigex. Backbling. Und Skin ist Mitte 40, würde ich sagen. Okay. Dann haben wir Tore. Das ist so ein Skelett-Skin. Pigex auch mit Totenkopf. Okay. Dann haben wir Raphael. Raphael. Der hat auch einen alten Skin. So ein alter Mann. Der lässt sich auf dem Sessel nieder. Auch nicht schlecht. Leon hat auch einen alten Skin. Einen alten... Äh. Rucksack. Oder was ist das, Digga? Der müffelt. Dann haben wir... Ja. Alle. Der hat auch den gleichen. Auch coole Pigex. Und... Der Erste muss raus. Das ist leider Squeezy. Alle anderen kommen mit, bitte. Zeigt mal Hängegleiter. Bei Clappet by Ali, finde ich, passt das am besten. Am absolut besten. So das Ganze, ähm, mit Hängegleiter zusammen. Garg, wähl mal einen raus, bitte. Wen würdest du rauswählen? Ausser Clappet by Ali. Der... Das ist... Das ist stabil. Ich sage den Ali. Und für mich auch Tore. Das reicht nicht. Ja. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Komm mal hier, zeig mal Emote. Der schlechteste Emote fliegt. Nochmal. Nochmal. Oh, das ist stabil. Das ist stabil. Das ist stabil. Das ist stabil. Ja, passt das. Am wenigsten. Können wir gleich eine Runde Squadi spielen, bitte. Am wenigsten. Okay, wir machen noch letztes Thema. Thema ist Weihnachten. Finale. Finale. Let's go. Wir haben Thema Weihnachten. Weihnachtsmann. Ich hätte schon... Sag mir, wieso... Okay, das ist weihnachtlich. Ein... Classic Skin. Okay. Dann clap it bei Ali. Mach auch direkt Emote Digger. Pigex ist nicht 10 von 10 bei ihm. Ja. Ist auch cool. Genau. Ja. Ist cool. Ja. Classic. Du bist einfach die Oma. Dann Graphit. Kennen wir. Okay. Aha. Aha. Ist auch cool. Auch weihnachtlich. Und Leon. Alle sind gleich. Mach mal alle einen anderen. Komm mal alle mit und zeig mal Hängegleiter erstmal. Boah, ein Weihnachtsgeschenk. Das ist auch stabil Digger. Das weisst ja gar nicht, ob es kracht. Doch, bei ihm kracht es auch. Safe. Er hat aber einen Snowboard. Siehst du einen Snowboard? Ja. Guck mal Stream. Bei mir ist das... Was ist bei... Was ist bei Graphit? So ein Helikopter. Bro, das kracht nur bei mir. Hä? Wie crazy. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hab... Ich hab... Ich hab schon meinen Gewinner. Ich bin gespannt. Also wir wollten... Wollten mal... Sag mal... Bevor du einen abschiesst, sag mal... Wer fliegt jetzt nach dieser Runde raus? Graphit. Platz 4. Ws. Mein Platz 3 ist... Ws. Ja. Und dann? Das war stabiler Hängegleiter. Zeig nochmal Emote. Aber äh... Äh... Ehh... 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 Neuen Emote. Neuen Emote. Neuen Emote. Neuen Emote. So. Jetzt äh... Kommt hier. Einer stellt sich hier hin. Einer stellt sich hier hin. Einer stellt sich hier hin. Und dann spring. Auf 3 springst du dahin, wo dein Sieger ist. 1... 2... 3... W. Leon. Stabil. GGs. Spring, wenn du... Wenn du was aus dem Shop möchtest. Sneaker, wenn du 1000 V-Bucks möchtest. 1000 V-Bucks. Shop. Hallo. Moin. Äh... Muss schnell machen, aber... Aber sehr schnell. Du hast 1000 V-Bucks. Was willst du denn? Kann ich auch Captain Kralle haben? Wenn es 1200. Okay, Captain Kralle. Nice. War geile, geile, geile Runden, Jungs. Ws. Wir werden das nächste Woche wieder machen. Falls euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Abo und Like da. Wiederhauen, reingeschauen. Oder wieder schauen, reingehauen. Wie auch immer.